Einen schönen Sonntagvormittag und willkommen bei der ABU-Launch. Heute bei uns zu Gast der Bezirksvorsteher des Zweiten Bezirks Alexander Nikolai. Herr Nikolai, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich, dass wir zusammentreffen. Jetzt mal ganz kurz, Sie sind ja Bezirksvorsteher seit Dezember 2020. Kurz zusammengefasst, wie haben Sie denn diese Zeit als Bezirksvorsteher erlebt? Arbeitsintensiv, sehr, sehr viel auch für die Zukunft vorausdenkend, viele Projekte ins Laufen gebracht, aber auch alle Magistrate durchlaufen, auch die Stadtregierung durchlaufen mit vielen Projektvorbereitungen. Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist, auch wenn man dann wirklich umsetzt, dass man auch weiß, von was man redet und wie man es umsetzen kann. Und am wichtigsten auch für den Bezirk, wo bekomme ich auch Subventionen für der Mittel her, damit mehr Projekte auch gemacht werden. Und das habe ich geschafft. Und wir haben jede Menge zu besprechen, jetzt mit dem Bezirksvorsteher in dieser Stunde, rund um den zweiten Bezirk. Jetzt geht es aber erstmal los mit viel guter Musik. Die ABÖ-Lounge am Sonntag im ABÖ-Verkehrsradio, heute mit Bezirksvorsteher Alexander Nikolai. Herr Bezirksvorsteher, reden wir mal über das Nordbahnviertel, da tut sich ja eine ganze Menge aktuell. Ja, da tut sich sehr vieles, aber das schon sehr, sehr viele Jahre. Ich habe ja dort meinen Sitz als Betriebsrat damals bei den Minerlinien gehabt, mittendrin in dem Teil. Und habe damals gesagt, ich sehe das mit, wie wir dann rausgegangen sind in den 21. Da habe ich gesagt, wir sehe das mit lachendem und weinendem Auge. Heute muss ich sagen, ist es nur ein lachendes Auge, weil das Gebiet sich so toll entwickelt hat. Von den Erdgeschosszonen, von Begründungsmaßnahmen, von den unterschiedlichen Wohnbauten, Genossenschaften. Aber auch, wir haben auch das Pflegewohnheim, ein Wohnhaus bei uns, beziehungsweise auch viele Institutionen und Vereine vor Ort. Und das hat sich einfach entwickelt. Der zweite Block ist fast fertig jetzt. Der dritte Block beginnt. Der dritte Block meine ich auch bei Nordbahnstraße, Innstraße in diesem Bereich, über die Bruno-Mare-Gallee. Und da sind wir voll im Arbeiten drinnen. Und das ist wirklich ein riesengroßer Zuwurf, sage ich jetzt einmal, Stadt in der Stadt drinnen. Und das freut mich einfach, dass ich da Bezirksvorsteher wirklich so ein tolles Projekt ist und in der schönen Stadt bin. Jetzt ist es zwar noch nicht fertig, aber schauen wir mal in die Zukunft. Gibt es da schon Projekte, die dann weiterführend geplant sind? Ja, na klar. Das Projekt ist ja nicht abgeschlossen, nur wenn wir verbaut haben und die Parkanlagen, 9,4 Hektar große Parkanlagen, die freie Miete dazu noch. Mit vielen, vielen Highlights drinnen von Skaten, über Radfahren, über Parkanlagen und vieles mehr. Aber natürlich geht es dann drüber, weil ja wir auch mitdenken über die Kreuzungsverbindung zum Nordwestbahnhof in den 20. rüber, wo wir dann auch gemeinsam überlegen müssen, über die Daberstraße hinweg, ob es jetzt Kunstmeile ist, ob es die Radschnellverbindungen, Radverbindungen, Fußgängerzonen, Kreuzungsplateaumbauten, Straßenbahnen, öffentliche Verkehrsanlagen sind. Es ist so viel noch zu tun. Also wir könnten jetzt stundenlang nur über die Zukunft sprechen, weil es wirklich intensiv ist, auch in Entwicklung. Ein Nordbahnhof und jetzt Nordwestbahnhof dazu. Das ist eine riesengroße Entwicklung. Die freut mich auch, dass wir auch Teil oder ich Teil sein darf in der Entwicklung der Leopoldstadt und das sind viele Aufgaben noch. Kann man da vielleicht über den Daumen gepeilt sagen, wie viele Wohnungen da entstehen? Wir haben schon tausende Wohnungen, das muss man dazu sagen. Also mit 9.000 Bewohnern mit den drei ist das schon riesengroß. Und das kriegt jetzt drüben nochmal der andere Bezirk Tätow. Aber das ist ja nicht nur die, die wohnen, sondern es gibt ja viele kombinierte Möglichkeiten. Hauswirtschaft ist zum Beispiel ein Haus, wo auch nicht nur gearbeitet wird, sondern auch gewohnt wird, direkt im Haus und Veranstaltungszentrum ist. Und das ist so eine neue, moderne Art, wie man ein Grätzl belebt und aus dem einen Mittelpunkt macht für alle, die dort sind. Und die Erdgeschosszonen Tätow verbunden für die tausenden Menschen, die dort wohnen, aber auch arbeiten, dass es ein Mittelpunkt ist für die Zukunftsperspektive auch anderer Projekte in anderen Bezirken. Also die Leopoldstadt ist am Wachsen ohne Ende und sie ist vor allem Mitglied im Klimabündnis und darüber sprechen wir gleich. Willkommen zurück in der ABU-Launch, heute mit Bezirksvorsteher Alexander Nikolai, Herr Bezirksvorsteher. Die Leopoldstadt ist ja auch Mitglied im Klimabündnis. Was genau bedeutet das? Ja, wir sind seit 2019 Mitglied des Klimabündnisses, wo die Stadt ja auch schon sehr lange drinnen ist. Aber wir als Bezirk es einstimmig dort beschlossen haben, dass wir mitmachen. Da geht es um vieles. Da geht es um die Fußgehenden, da geht es um Radfahren, da geht es um Klimaziele, die wir erreichen müssen und auch erreichen sollen, die wir auch umsetzen. Parkanlagen, die auch benutzt werden, plus die Freiräume zusätzlichen, aber auch, wo es coole Maßnahmen gibt, die Hitzeinseln zu bekämpfen und vieles mehr. Und deshalb beinhaltet schon sehr viel, weil es auch insgesamt in der Lehrabundschaft die Lebensqualität betrifft der Menschen. Und somit ist es auch die Mobilität, die Zukunftsmobilität abzugleichen mit den Bedürfnissen, die auch die Zukunft hat. Und der Klimawandel hat ja schon einiges gezeigt, dass wir uns darum sehr intensiv kümmern müssen. Und es sind die Projekte, die jetzt geplant sind, auch für die Zukunft, immer mit diesem Aspekt auch drinnen, für die Menschen, die zu Fuß gehen, Rad, neue Mobilität, aber auch die Lebensqualität, Nebelduschen und vieles mehr und Umbauten von großen Plätzen, auch zu beinhalten hat. Und das berücksichtigen wir und deswegen arbeiten wir sehr, sehr eng mit der Stadt zusammen, die ja auch eine Vorgabe hat. Und da sind Begründungsmaßnahmen Klimaziele drinnen und die werden wir auch einbauen. Und das ist auch das Ziel des Bezirkes, Klimabündnis Pater zu sein, als Bezirk mit der Stadt, aber natürlich für Österreich. Ja, Klimaschutz ist natürlich ein wichtiges Thema. Was sagen Sie eigentlich zu den Aktionen der Klimakleber? Ja, das ist, wann erst in Wien, aber ich persönlich, ich sehe das ja, ich verstehe und kann es auch nachvollziehen, die Aktivitäten, die sie setzen, aber nicht wie. Und es ist auch eine gespaltene Gesellschaft, die natürlich dementsprechend sagt, ja, ich verstehe das vollkommen, wir müssen aufzeigen, wir müssen dem nachgehen, wir haben die Demos, wir haben Proteste dagegen, wir müssen auch mit vielen dagegen arbeiten. Das, was aber die Leute dann nicht mehr feststellen, was im Bezirk das Problem haben, ist, ab dem Zeitpunkt, wo man sich festklebt, Straßen behindert, Zugänge und Abfahrten behindert und nicht dessen, dass ich so eine Rettungswahn-Blaulichtorganisation habe, weil das ist auch ein großer Punkt, der immer wieder kritisiert wird. Das Problem ist halt wirklich, es sind viele, die zur Arbeit fahren müssen, die nicht unabhängig von Autos sind. Es gibt aber auch viele, die in die Straßenzüge zu arbeiten, von der Arbeit weg, aber auch zu Terminen müssen, Arzttermine und für die Kinder auch vielleicht zu anderen Kinderärztinnen fahren müssen. Und außerdem betreiben wir ja Öffennetz-Ausbau, beziehungsweise massive Klimamaßnahmen, die halt noch Schritt für Schritt einsehen. Und tausende Menschen dengeln durch Wien, auch durch die Bezirke. Und wenn ich meinen Bezirk hernehme, ist es so ein Punkt natürlich kommend von der Reichsbrücke, auch am Praterstern, Beginnstraßen, Schüttelstraße, Praterstraße und wenn ich dränge auch noch Franzensbrückestraßen. Das ist natürlich schon ein großer Punkt, wenn ich mich dort oder diejenigen geben, dort sich hingeben, was ja auch nicht gesundheitlich schön ist, weil das ist ja gefährlich auch, was die da machen teilweise, ist es natürlich einer, da kannst du schon Wien schön, schön Alarm legen. Die Leute verstehen es, was sie meinen, aber die Umsetzung ist nicht das, was wirklich für das Klima gescheit ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Klimaschutz hat nichts mit Hinkleben zu tun und Klimaschutz, wenn sie demonstrieren, unterstütze ich das natürlich, dass es frei bleibt, auch bei den Verhandlungen. Aber ich protestiere nicht mit denen, die gegen die Kleber sind, sondern ich fordere auch die Kleber auf, diese Örtlichkeiten nicht zu nehmen, dass sie sich niederkleben mit einem ganz komischen Kleber, ich sage es jetzt gesundheitsgefährlichen Kleber, sondern sie sollen sich einfach wirklich den Demos, so wie alle anderen, Klima. Und ich werde das auch, so wie im Bezirk natürlich, unterstützen mit Maßnahmen, die den Bezirk voranbringen, für die Lebensqualität, für das Klimabündnis und vieles mehr. Genau, dann schauen wir also einmal, wie das weitergeht. Bei uns geht es auf jeden Fall gleich weiter mit dem Thema flächendeckendes Parkpickl. Willkommen zurück zur AB-Launch am Sonntag, heute mit dem Bezirksvorsteher vom zweiten Bezirk, Alexander Nikolai. Herr Nikolai, das flächendeckende Parkpickl, das gibt es jetzt seit knapp einem Jahr. Wie fällt denn die Bilanz aus Sicht der Leopoldstadt aus? Ja, wir tun es ein bisschen leichter oder anderswertig, weil ja wir schon sehr, sehr lange Parkpickl haben. Also wir sind ja auf zwei Etappen komplett eingenetzt worden, damals noch unter den anderen Bezirksvorstehern. Und somit haben wir natürlich das Problem gehabt mit der Aufforderung natürlich, dass wie Donaustadt oder Simmering insbesondere bei uns im Bezirk, weil das ja sehr nah ist, natürlich überparkt haben mit ihren Fahrzeugen bei uns. Und natürlich ist dann mit dem flächendeckenden Erhebung der Stadt auch so gewesen, dass ab Juli 2022 natürlich flächendeckend abgedeckt worden ist. Das heißt auch, wir haben über den Handelskeh im Bereich Lusthaus und Prater drinnen natürlich einige Punkte gehabt, wo jetzt das Parkpickl auch gilt. Und somit noch die Erweiterung der Parkpicklnehmer dort in Höhe war, aber natürlich die Überparkung jetzt nicht mehr da ist, sondern es können nur mehr bis zu zwei Stunden parken auf den Bereichen, aber auch diejenigen, die es sich aufteilen müssen. Und ich glaube, dass das bei uns weniger den großen Effekt hat, natürlich mit dem Aha-Erlebnis. Plötzlich sind die letzten Stellen auch noch zu. Aber natürlich muss man auch sagen, wenn flächendeckend ist, dann gilt es auch flächendeckend. Und ich kann mir nach der Stadt nicht sagen, okay, das will ich aber bei mir jetzt absolut nicht. Und wir haben keine Überlappungsgebiete wie andere Bezirke, die einen gewissen Straßenzug gemeinsam nützen können mit dem Parkpickl, sondern wir haben einfach den Handelskeh, der schneidet uns vom 11. ab und somit sind wir im 2.1. gebunden und haben dort eine kleine Erweiterung dazu bekommen, die natürlich hunderten Menschen dort natürlich genauso Einschreitungen waren, dass ab Juli 2022 die Gültigkeit flächendeckendes Parkpickl war. Aber wir sind es gewöhnt, wir haben es ja schon länger und wir haben schon mehrere Etappen hinter uns, wo man sagt, da ist mehr Platz und plötzlich Wochen später gibt es auch wieder den Platz nicht mehr. Und natürlich verändert es allgemein, das muss man schon sagen. Allgemein eine Überparkung in Bezirken, natürlich, wenn andere durchdingeln und mit dem Auto natürlich im Bezirk parken, auf Kurzparkzonen, wo die eigenen Bewohnerinnen natürlich sehr, sehr schwer, bis 22 Uhr Gültigkeit ja hat, sehr, sehr schwer, wenn sie um 19.20 Uhr nach Hause kommen, plötzlich natürlich kreisen oder um eine Tumform müssen, einige oder eine halbe Stunde fast, eine Viertelstunde, halbe Stunde manchmal nach den Erzählungen der Menschen. Dann ist es natürlich ein Problem für alle, aber das ist ja nicht nur bei uns so, das ist ja allgemein in den Bezirken. Aber ja, ich nehme es jetzt nicht leichter hin, sondern wir sind es gewohnt, dass wir einen Parkpickerl haben und somit leichter umgekennen, auch mit den Problematiken. Ja, soweit zum Thema Parkpickerl. Wir schmeißen uns gleich aufs Radl. Davor gibt es aber noch ein bisschen Musik. Die Abelounge am Sonntag, heute mit einem sehr interessanten Gast, Bezirksvorsteher vom 2. Bezirk, Alexander Nikolai. Wir haben heute schon so einige Themen besprochen. Stichwort Radverkehr. Da tut sich ja auch so einiges im 2. Bezirk. Stichwort Praterstern, glaube ich, der Saalstraße. Ja, der Praterstern ist ja fertig in seiner gesamten Umgestaltung. Das heißt aber, wir können ja nicht aufhören, weil wir haben ja auch noch mit der Donaustart, die ja drüben auch den Radverkehr jetzt ausgebaut haben, wir gesagt haben, okay, wenn das so ist, dann können wir unseren Radverkehr, der ja besteht bei uns schon länger, ausbauen und erweitern. Das heißt aber auch, von der Reichsbrücke kommend ist es in nächster Zukunft, das ist jetzt dann im April fertiggestellt, vor dem Wiener City-Marathon, es ist fertiggestellt, die Radschnellverbindung über die gesamte LaSalle-Straße bis zum Praterstern nach vorn. Heißt aber auch, wirklich eine über 4 Meter breite Fahrspur für die Räder, die gegenseitig fahren können, das heißt von der Indi-Stadt und von der Stadt zur Reichsbrücke rauf, die ja mit 36 Bäumen neu besetzt wird, Hochstämme, es wird zwar 2.500 insgesamt im Umfeld fast 3.000 Quadratmeter Begrünungsflächen zusätzlich geben, der Radverkehr wird infrastrukturmäßig eigens befahren, plus den Rad- und Fußgängerweg getrennt zum großen Teil, der ja wirklich dort auf der Seite geht, dass die Konfliktzonen auch weg sind. Das heißt aber auf neuralgischen Punkten haben wir auch, so wie Radingerstraße, Josef-Roth-Gasse oder Ernst-Melcher-Gasse auf diesen Kreuzungsbereichen, die Trennung auch, damit dieser Konfliktteil nicht auf den Kreuzungsplateaus auch herrscht und dann führt es bis zum Praterstern nach vorn. Und da kommt es auch zur Wirtschaftskammer, Vorplätze auch zusätzlich begründet. Also das wird ein riesen, riesen Highlight werden, wo wir sagen können, wir sind fertig mit April 2023 und es ist wirklich 4,5 Meter breiten Radweg, Infrastrukturerteil, 900 Meter mit zwei Radwegungssicherung, plus Ausbau der Lasagestraße mit Begrünungsmaßnahmen und Zukunftsfitter zu machen. Und ich glaube, dass das auch fair ist gegenüber jedem Fußgänger, den er immer vergisst, der immer zweitrangig ist, der aber hochrangig ist, weil es viele benutzen und dann der Radweg dorthin kommt. Und für den Bezirk ist es natürlich wieder ein nächstes Highlight, die Radschnellverbindung, Reichsbrücke rüber über den Pratersternrichtung auf der LaSalle-Straßen, dann in Zukunft, wenn der Praterstern- oder Praterstraßenteil umgebaut wird, die Radschnellverbindung über die Praterstraße auf AIDA-seitig, statt einwärts zu führen, wo dann die Anbindung Uran im ersten Bezirk ist. Und die Radschnellverbindung ist auch dann ein Highlight in die innere Stadt. Und das sind wir sehr, sehr gerne dabei, auch mitentwickelt, dessen zu sein, dass die Radinfrastruktur auch im ersten Bezirk angeboten wird. Das heißt, die Zukunft wird grüner und sicherer in dem Fall? Ja, grüner ja und sicherer hundertprozentig. Und wichtiger ist ja, dass die Lebensqualität und die Sicherung, die Zukunftsqualität der Leberstädterinnen und Leberstädter gewährleistet ist, plus denen, die gerne in die Leberstädte kommen, zu Fuß oder mit dem Rad. Dann gibt es ja auch so Radservicestationen. Der ABÖ hat eine stehen am Praterstern zum Beispiel. Sind denn da noch weitere geplant? Ja, sind geplant, weil wir immer in Örtlichkeiten suchen, wo eben der große Radverkehr die neuralgischen Punkte zustatten kommen. Und da ist auch in der Nähe der Dabo-Straße gerade eine aufgebaut worden, bei den Mobilpoints insbesondere, wo auch Radabstellanlagen und vieles mehr in der Nähe ist, wo man auch das Rad kurz servicieren kann, einmal nachziehen kann, die Felgen und auch die Bremsen sich anschauen kann oder die Reifen neu aufpumpen kann. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Highlight ist. Und ein wichtiger Punkt ist, auch wenn man Radinfrastruktur anbietet, ob es jetzt mit Parkflächen oder Radinfrastruktur zum Fahren ist, dass man auch vielleicht dazwischen einmal sagen kann, okay, schauen wir kurz einmal drüber. Es gibt ja doch die eigenen, die gerne auch noch selbst reparieren oder einmal drüber schauen. Und wenn nicht, gibt es Fachinstitute, die man dann zum Radservice auch hinbringen kann. Das ist eine tolle Sache. Wir bleiben beim Thema Verkehr, nur dreht sich es dann ums Auto. Wir sind gleich wieder da. Der Bezirksvorsteher des Zweiten Bezirks, Alexander Nikola, ist heute bei uns zu Gast in der ABELounge. Herr Bezirksvorsteher, wir waren gerade beim Radverkehr. Ja, gehen wir jetzt mal auf den Individualverkehr, auf den Autoverkehr. Die Leopoldstadt ist ja eine wichtige Verbindung nach Transdanubien. Wie ist denn da eigentlich jetzt so die aktuelle Verkehrssituation aus Ihrer Sicht? Die aktuelle Verkehrssituation, das hat sich ja nicht geändert. Das Problem, was ich natürlich habe, und da sprechen wir jetzt genau an dem Punkt wie der André Eichsbrücke, der eine große Verbindungsachse ist, natürlich mit dem 22. Bezirk, ist das, was natürlich mit den Umbauten jetzt, wie wir gehabt haben, auch die Radschnellverbindung jetzt im Bauwesen ist und zwei Fahrspuren ja trotzdem aufrecht sind, ist es natürlich, wenn normaler Verkehr ist, natürlich genauso ein Handicap manchmal, weil wenn zum Beispiel die A23 zu ist, ist der zweite Bezirk eigentlich der Puffer der Nation, sage ich immer, auch der Stadt, weil ab dem Zeitpunkt, wo die A23 steht, fährt keiner mehr rauf auf die A23, sondern fährt alles rüber über die Donauufer rauf auf die Reichsbrücke. Und dann haben wir den Begleiterscheinungen, dass die Reichsbrücke, die LaSalle-Straßen, der Praterstern, die Praterstraße, Nordbahnstraße, Franzensbrücke zu ist, plus dem, dass wir nach hinten auch den zweiten Teil nehmen, der A23, den Teil haben, der natürlich auch die Meier-Reich-Straßen, Stadionallee zumacht und auch die Nebeneffekte, Handels, Keh, Vorgarten und Ausstellungsstraßen. Und das ist natürlich ein großer Punkt, da braucht es auch in Zukunft, auch für die Donaustadt jetzt der Test, das kann jetzt nicht der Donaustadt, aber wir wissen das, auch für den Individualverkehr oder für den Schwerkverkehr, Umleitungen, das heißt große Umbauten, dass das dort ein bisschen entlastet wird, auch die A23, das heißt aber auch, den umlegenden Verkehr ein bisschen zu minimieren, dass das nicht immer der Ballungsraum ist, A23 und Reichsbrücke, weil da sind wir schon leidtragende, der Leopoldstadt, weil das fangen alles wie ab in dem Bezirk, weil der Bezirk abhängig ist von unseren Brückenschlägen mittendrin und unter dem Wasser. Das ist zwar schön, auch lebenswert und qualitätsmäßig natürlich ganz groß ist, aber natürlich, wenn das passiert, dann ist das wirklich eine Pufferzone und dann ersticken wir drinnen. Aber ja, Gottneilich ist der Fall, nicht? Ja, ja, da merkt man das, wir haben das ja mehrfach im Jahr, das natürlich braucht nur ein Auto irgendwo stehen, ich weiß wie das ist, die Gaffer oder die Fotografierer oder diejenigen, da müssen wir schön langsam vorbeifahren, das heißt, und ab dem erzeugt man einen künstlichen Stau, oder wenn Unfälle sind und zwar Spuren gesperrt werden, natürlich auf zwei Spuren zu reduzieren, heißt aber für zig Zehntausende Fahrzeuge, dass es natürlich zu Verzögerungen kommt. Und dann schaut jeder Autofahrer oder Motorisierte, dass er relativ rasch vielleicht Entlastungsrinnen findet, die Entlastungsrinnen sind innerhalb von einer halben Stunde zu. Und dann gibt es einfach keine Bewegung mehr. Und ich glaube nicht, dass das gescheit ist, auch in innerstädtischen Wohngebieten, dass man sich dann durch diese Maßnahme, die vielleicht eine alternative Umfahrung und vieles mehr eine Alternative wäre, dass der Bezirk im Verkehr erstickt. Das mag er nicht und das möchte er nicht. Und deswegen schauen wir auch gemeinsam, übergreifend mit den Bezirken, dass wir Alternativen finden für die Zukunft der Stadt und der Bezirke. Ja, da ist also noch einiges zu tun in Zukunft. Apropos Zukunft, darüber sprechen wir gleich über die Zukunft der Leopoldstadt. Die Avalanche am Sonntag, heute mit Bezirksvorsteher Alexander Nikolai. Wir sind schon am Ende angekommen, aber eines möchte ich schon noch machen und so einen Ausblick in die Zukunft der Leopoldstadt. Was wird denn noch so alles passieren in den nächsten Jahren? Ja, einiges. Also wir haben ja einen Fahrplan, wo wir sagen, wir gehen von Jahr von Jahr zu vielen Projekten, die wir abgleichen müssen. Jetzt im April sind wir fertig mit der Radschnellverbindung bis zum Praterstein hinauf. Dann beginnt auch schon der Spatenstich zur Umgestaltung der Praterstraße, weil die jetzt wirklich endlich massiv bearbeitet worden ist und ein paar Punkte sind offen, aber die kriegen wir jetzt die nächsten Wochen auch noch hin mit der Stadt. Und das wird im Spätsommer dann 2023 beginnen, dass die umarbeiten auf der Seite der Ida Richtung Urane hinauf mit der Radschnellverbindung, Umbauten von Plätzen. Das heißt, da wird dann auch der Nesterplatz ein Highlight werden mit Sitzmöblagen und Pflasterungen, Helmpflasterungen mit Wasser und viel mehr Baumsetzungen, ein Scharnegartenflair und viel mehr von den Oberflächengestaltungen rauszuräumen, damit der Platz auch genutzt werden kann. Sanierung der Aspernbrücke beginnt jetzt im Sommer, vor dem Sommer noch, weil das eine der großen Maßnahmen ist von Gaswerksteg über Erdbergsteg, jetzt der Franzensbrückenfertigstellung jetzt gerade und jetzt kommt die Aspernbrücke dran, die auf einer Teilsanierung ist. Das heißt, wir haben nicht eine Komplettsperre drauf, sonst wird es wirklich eng. Und da wird der auch noch über ein Jahr dann jetzt mit in die Sanierung mitgenommen. Das heißt, die Oberfläche wird relativ rasch freigegeben, aber natürlich alle Nebengeräusche der gesamten Anlage der Brücke wird natürlich mit der MA29 und der Stadt koordiniert. Und das ist dann der nächste Schritt, weil wir bis 2028 alle unsere Brücken in die Sanierung bekommen in der Leopoldstädte. Das heißt, dann haben die Leopoldstädterinnen, Leopoldstädter und die Andrenner alle, was die Brücken benutzen, jahrzehntelang dann wirklich wieder eine Ruhe. Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch das bekommen. Wäre unlogisch, wenn ich sage, nein, das nehme ich nicht, ich lasse das nur, weil solange nur die Prüfungen da sind, ist kein Problem. Aber wenn ich das Angebot kriege für die Leopoldstädter, die Verbindungsstrecken zu verbessern und Generalseinrichtung im Kauf, aber ich teile sie natürlich auf. Diverseste Fahrbahnsanierungen, Gehsteigsanierungen, Gasselsanierungen, das heißt auch Parksanierungen werden auf uns zukommen. Und was ganz wichtig ist, und das sind wir beim mobilisierten Verkehr gewesen, jetzt auch die Anrainerinnen sind immer mehr, wo wir Anrainerparkplätze auch gestalten müssen und erheben müssen. Und das tut gerade die Magistratsabteilung 46, erhebt es gerade mit dem Bezirk gemeinsam, wo wir Anrainerparken noch zusätzlich erheben. Und ein Nebengeräusch ist auch nur die Sportstätten, auch mit der Sportanfanghalle, aber auch mit der Sportarena Wien, die einen eigenen großen Sitz hinten beim Stadioncenter bekommt, mit einer umgestalteten Leichtathletikzentrum und viel, viel mehr. Also wir sind noch voll in Arbeiten und wir haben noch genug Ideen, habe ich, Projekte für die Zukunft. Also man darf sich auf die Zukunft in der Leopoldstadt freuen. Herr Bezirksversteher Nikolai, vielen Dank für Ihren Besuch. Alles Gute für die Zukunft, für die zukünftigen Projekte und noch einen schönen Sonntag. Dankeschön, Glück auf.